FPÖ-Chef Herbert Kickl war gestern im von der ÖVP eingesetzten Untersuchungsausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch geladen. Dort wurde er auch zum vermeintlichen Spionageskandal rund um Egisto Ott befragt. Wie der gestrige Tag abgelaufen ist, was Kickl gesagt hat und welche Erkenntnisse die Befragungen geliefert haben, erklärt heute Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Hallo Christian. Servus. Christian, Herbert Kickl war gestern im U-Ausschuss geladen. Dann, bevor wir kurz darüber genauer sprechen, warum er da eigentlich geladen war und wozu er befragt worden ist, reden wir mal ganz kurz über den U-Ausschuss per se. Vielleicht kannst du kurz erzählen, um was geht es denn da genau, beziehungsweise was ist denn bisher schon passiert? Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Wir versuchen es ganz leicht zu erklären. Es gibt derzeit zwei U-Ausschüsse. Das war nämlich früher nicht möglich. Jetzt gibt es zwei Ausschüsse, die parallel tagen. Das heißt, das Parlament schaut sich in zwei verschiedenen Ausschüssen zwei Themen ein. Das eine ist die Kofag. Da geht es im Wesentlichen darum, dass sich die Abgeordneten anschauen wollen, wurden diese ganzen Hilfsgelder, die da ausgeschüttet wurden in der Pandemie, wurden die zweckmäßig ordentlich vergeben und gab es vor allem, das ist das Politische dran, einen privilegierten Zugang von einzelnen Menschen, von Unternehmern, Prominenten, zu diesen Hilfsgeldern und zur Verwaltung. Also im U-Ausschuss, muss man auch sagen, im U-Ausschuss geht es immer um die Verwaltung, also um Ministerien, Behörden und so weiter. So, das ist der eine Ausschuss. Der andere Ausschuss, und von dem reden wir jetzt, wo der Herr Herbel geladen wurde, wurde de facto nur von der ÖVP eingesetzt, ein Stück weit als Reaktion auf den anderen. Und in diesem zweiten Ausschuss geht es nur um SPÖ und FPÖ-Machtmissbrauch in diversen Ministerien, wobei der engere Untersuchungsgegenstand der ist, dass man sich anschaut, oder die ÖVP sich anschauen will insbesondere, haben zum Beispiel Ministerien große Werbeaufträge, Beratungsaufträge, Inserate, ohne Ausschreibung oder mit seltsamen Ausschreibungen oder zugunsten von irgendwelchen Parteien, im Prinzip eben zugunsten von FPÖ und SPÖ vergeben. Beziehungsweise, das ist die eine Geschichte, und die andere Geschichte ist, Machtmissbrauch beinhaltet ja oft auch Postenschacher, dass man sagt zum Beispiel, jemand bekommt nicht den Posten, weil er gut ist, sondern obwohl er schlecht ist und halt, weil er jemandem in der Partei gut gefällt. So, das haben sie sich angeschaut, oder das ist das Ziel dieses Ausschusses. Das Problem dabei war, oder ist grundsätzlich, dass für beide Ausschüsse relativ wenig Zeit da ist, weil wir haben jetzt den Sommer, beziehungsweise wir haben vor allem dann eine Nationalratswahl, und mit den Nationalratswahlen enden die Ausschüsse automatisch im Parlament, und dadurch gibt es sehr wenig Sitzungsmöglichkeiten, und in diesen wenigen Sitzungen muss relativ viel passieren, und es war bei der ersten Sitzung schon so, dieses zweiten Ausschusses, von dem wir reden, von diesem SPÖ- und FPÖ-Machtmissbrauch-Ausschuss, dass sich die Zeugen entschlagen haben, dass sie nicht gekommen sind, der war de facto sinnlos. Und jetzt hat die nächste Sitzung stattgefunden, und da war Herbert Kickl geladen als Auskunftsperson, sozusagen in dem Ausschuss. Wir sprechen gleich ein bisschen genauer darüber, was da jetzt konkret gefragt worden ist, beziehungsweise auch, was seine Linie war bei den Themen. Vielleicht ganz kurz noch, du warst gestern vor Ort, vielleicht kannst du auch kurz ein bisschen erzählen, wie war denn so generell die Stimmung dort, wie können wir uns die Stimmung in diesem Ausschuss vorstellen? Also, ich habe es eingangs schon gesagt, ein Ausschuss ist quasi ein Mittel oder ein Weg, wie Abgeordnete, also Politiker, sich einen Überblick über eine Sache verschaffen können. Und sie können da Zeugen, die eigentlich keine Zeugen sind, sondern die Auskunftspersonen sind, laden. Und das Ganze passiert in einem teilgeschützten Rahmen. Du hast ein abhörsicheres Lokal, Lokal heißen die Räume im Parlament, du hast da die einzelnen Fraktionen, die ein paar Abgeordneten nominiert haben, du hast einen Vorsitzenden, du hast einen Verfahrensrichter, eine Richterin, die darüber achtet, dass die Regeln, die es gibt, und die gibt es natürlich, eingehalten werden. Du hast auch eine Hilfsperson, die sozusagen den Anwalt, der darauf achtet, dass die Auskunftsperson sozusagen in ihren Rechten nicht beschnitten wird. Und die Auskunftspersonen im Wesentlichen geht es um zwei Dinge. Das eine ist, dieser Ausschuss kann Akten anfordern, aber eben nur aus den Ministerien. Also die können sich nicht irgendwelche privaten Unterlagen holen, sondern die holen sich aus den Ministerien Unterlagen. Diese Akten können Sie sichten. Und aus den Akten heraus ergeben sich dann Fragestellungen für Sie. Und das sind dann E-Mails, Chats, das sind Akten, aber auch klassische ELAGs und so weiter, also die elektronischen Akten und so weiter. Und dann können Sie sagen, okay, ich möchte gerne wissen, wie ist das eigentlich abgelaufen, was ist da los, was ist dort los. Ich lade Menschen ein, hierher zu kommen. Die müssen dann kommen. Das kann man sich nicht aussuchen. Das ist ähnlich wie bei Gericht. Und das Zweite ist, sie haben auch Wahrheitspflicht. Das ist ja dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz ein bisschen zum Verhängnis geworden. Beziehungsweise das ist die große Challenge dort. Es ist ein Straftatbestand, wenn du diese Abgeordneten dort belügst. Dann darf man aber nie vergessen, es sind aber Abgeordnete. Das heißt, es ist auch eine artpolitische Bühne. Es ist nicht so wie im Plenum, aber es ist eine zweite und eine andere politische Bühne. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Und wenn dann eben der Herbert Kickl, der eigentlich für zum Beispiel alle bis auf die FPÖ der politische Gegner ist, dort sitzt und Parteichef ist, dann liegt es in der Natur der Sache. Dann geht es da schon mal zu. Dann geht es da zu. Und ja, das war dann gestern auch ein Stück weit der Frage. Dann kommen wir jetzt ein bisschen darauf zu sprechen, wozu jetzt Kickl gestern genau befragt worden ist. Was sind denn da für Fragen an ihn gestellt worden? Beziehungsweise was war auch seine Argumentation dazu? Also man muss zwei Ebenen auseinanderhalten. Die eine Ebene, die sozusagen politisch wichtig ist aus meiner Sicht, dass die ÖVP diesen Ausschuss nicht nur eingesetzt hat, sondern sich auch eine gewisse Dramaturgie und ein Ziel gesetzt hat. Und das ist schon insbesondere die Freiheitlichen als regierungsuntauglich und als gefährlich darzustellen. Dazu haben sie eben zum Beispiel den Herbert Kickl geladen, weil er Innenminister ist oder war und diverse Malversationen aus ihrer Sicht dort gezeigt oder versucht aufzuzeigen. Und was dann noch reinkommt, sind immer wieder so auch aktuelle Geschichten, wie zum Beispiel die Russland- und Spionage-Kausa. Also das ist auch eine nächste Schwierigkeit bei diesem Ausschuss oder Ausschüssen. Du hast einen Untersuchungsgegenstand, heißt das. Das heißt, du hast ein Thema, das behandelt wird. Da muss man dann immer, das liegt im Wesentlichen am Verfahrens, also nicht am Verfahrensanwalt, sondern auch am Vorsitzenden zu entscheiden, ob die Fragen überhaupt da noch reinpassen thematisch. Aber dann versuchen oft auch Parteien, tagespolitische aktuelle Geschichten in diesem Ausschuss zu besprechen, zu debattieren, vielleicht auch Akten noch anzufordern schnell. Und ja, das war gestern auch extrem spürbar und sichtbar. Die ÖVP hat versucht, eine Dramaturgie zu bauen. Sie hat zuerst zwei Beamten eingeladen, also einen zum Beispiel, den ehemaligen Kommunikationschef von Herrn Kickl, der in sehr rechtsrechten Medien, also Inserate geschalten hat und vorher für diese Medien auch sozusagen selber gearbeitet hat. Und klar war, sie haben versucht irgendwie darzustellen, die FPÖ ist eine Rechtsaußenpartei, eine nicht staatstragende Partei, eine vielleicht sogar identitären, freundliche, was weiß ich, Partei. Und das haben sie, also die Beamten waren vorher und die haben sie versucht, in die Ecke zu treiben oder auch das herauszuarbeiten, wie furchtbar die FPÖ ist, um dann auf den Herbert Kickl zu kommen, den sie zu seiner Zeit als Innenminister befragt haben und wo er diverse Malversationen sozusagen unternommen hat oder Dinge einfach nicht mitbekommen hat, falsch gemacht hat, etc. Du hast jetzt vorher gerade schon den vermeintlichen Spionageskandal angesprochen, rund um Egisto Ott. Zudem ist ja Kickl auch befragt worden. Das ging vor allem deswegen, du hast es schon gesagt, beim Ausschuss müssen sich alle Fragen ja in einem bestimmten Rahmen halten, quasi der dem Untersuchungsgegenstand entspricht. In dem Fall heißt der Untersuchungsausschuss ja rot-blauer Machtmissbrauch. Jetzt konnten sie ihn deswegen vor allem auch zu Egisto Ott befragen, weil Herbert Kickl ja eben Innenminister war, das hast du auch schon angesprochen, und zwar von 2017 bis 2019. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, waren ja schon erste Vorwürfe gegen Egisto Ott im Raum. Dementsprechend ging das dann eben auch, dass er dazu befragt werden konnte. Was hat denn Kickl jetzt zu diesen Vorwürfen gesagt, dass er hier mit Ott vielleicht irgendwie verbandelt war? Also er hat das im Wesentlichen abgestritten, weil er gesagt hat, er kennt weder diesen Herrn Ott noch kennt er den Herrn Masalek und alles, was sozusagen belastbar an Indizien oder Beweisen da ist, ist, dass der Herr Masalek mal neben dem Herrn Sobotka gesessen ist und das ÖVP nahe Beamten und Menschen mit ihm zu tun hatten, aber sicher nicht er. Gleiches, sagt Kickl, gilt für den Herrn Ott. Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Dazu muss man sagen, es war ja vor diesem ganzen BVT-Irsinn, der abgelaufen ist und der dann eigentlich zum Ende des BVT und zur Neugründung der Behörde geführt hat, gab es Umbaupläne, kolportierte Umbaupläne, die aber nie realisiert wurden. Und auf einem dieser Organigramme stand dann der Herr Ott als sozusagen jemand drauf, der da Funktionen übernehmen könnte oder eine Funktion übernehmen könnte. Und es gibt einen Konnex, nämlich den Herrn Jenewein, der in der FPÖ mal sehr wichtig war zur damaligen Zeit und der hat mit dem Herrn Ott, das ist schon dokumentiert durch die Chats, kommuniziert und gesagt, naja, wenn wir das Ding umbauen, dann wirst du mit dabei sein. So, und aus diesem Schluss quasi, hier der Herr Ott, der mit dem Herrn Jenewein kommuniziert und der Herr Jenewein, der in der gleichen Partei ist und an zentraler Stelle saß einmal in der FPÖ wie Herbert Kickl, hat man dann sozusagen diese Linie versucht zu zeichnen. Kickl hat irgendwie gesagt, Kenne ich nicht. Ich kenne den ganz außen, kenne ich gar nicht. Und der Herr Jenewein, ihr sagt es immer, das war meine rechte Hand, aber das ist auch ein Unsinn. Also eine direkte Linie gibt es nicht. Was da natürlich mit reinspielt, ist die ewige Geschichte, wo Kickl aber nie direkt dabei war, wie hält es die FPÖ eigentlich mit Russland, mit Moskau, mit der Putin-Partei. Da gab es einfach eine gewisse Affinität. Wir alle kennen dieses Foto, dieses berühmte, wo Norbert Hofer, Harald Wilimsky und andere freiheitlich und HC Strache auf dem Roten Platz stehen in Moskau. Und es ist eindeutig, dass sie einen Kooperationsvertrag mit der Putin-Partei hatten, der jetzt glaube ich nicht mehr auffindbar ist. Ein bisschen dubios die Geschichte. Aber Faktum ist, es gab da eine gewisse Affinität und Russland-Nähe. Zu einer Zeit, wo, auch das muss man sagen, der Fairness halber, natürlich andere Parlamentsparteien auch gesagt haben, Russland ist ein strategisch wichtiger Partner für uns. Wir kriegen von dort unser Gas und so weiter. Aber diese Nähe, die wirkt halt jetzt nach. Und Kickl muss halt versuchen, sich da ein bisschen zu absentieren. Er ist in einem Punkt glaubwürdig. Er ist nie der beste Freund von HC Strache und Norbert Hofer gewesen. Und spätestens als er ihn jetzt sozusagen vom Parteivorsitz, nämlich den Norbert Hofer, entfernt hat, ist es dokumentiert, dass sozusagen Kickl als Person sicher keine persönlichen oder engsten Kontakte gepflogen hat, so wie das ein Wilimsky und andere, die dann immerhin nach Moskau gefahren nachweislicherweise hatten. Du hast vorhin schon gesagt, so ein Untersuchungsausschuss ist in gewisser Weise auch einfach eine politische Bühne. Du warst gestern eben dort, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Wie hast du Herbert Kickl wahrgenommen? Er ist ja vor allem auch dafür bekannt, dass er rhetorisch sehr gut geschult ist. Das habe ich, also ich habe es dann auch in, oder wir haben es, die Kollegin Lindorf und ich, auch in unsere Reportage und Geschichte hineingepackt. Das hat sich schon vorher angekündigt. Also da auch sein Mitarbeiter, der Alexander Höferl, hat natürlich gewusst, was auf ihn zukommt. Es war für die FPÖ seit Wochen absehbar, dass die ÖVP versuchen wird, ihnen da aus diversen Chats und anderen Dingen einen Strick zu drehen. Und sie haben es Höferl zunächst und dann später auch Kickl, aber durchaus geschickt verstanden, den Spieß hier umzudrehen und zu sagen, naja, Moment einmal, also wir kennen diesen komischen Herrn Ott nicht wirklich. Wer waren eigentlich die Innenminister in den letzten 20 Jahren? Welcher Partei waren die zugehörig? Wer ist eigentlich auf den Fotos zu sehen mit Jan Marschallek? Wir kennen diese Menschen und Figuren alle nicht. Kickl hat eingangs irgendwie gesagt, er wird sich an diesem ganzen Schauspiel nicht beteiligen und hat gesagt, er wird sachlich bleiben. Und er wird dieses, fand ich schon fast ein bisschen grenzwertig, wenn man weiß, wie sich die Freiheitlichen teilweise über das Parlament und über den Urschuss äußern. Er wird dieses so wichtige Kontrollinstrument nicht ins Lächerliche ziehen und so weiter. Ist ein starkes Stück für jemanden, der, also die FPÖ ist eigentlich die einzige Partei, die offen zynisch agiert und der das politisch nicht schadet, sage ich hier. Aber er hat es zumindest am Anfang gesagt und versucht auch durchzuhalten. Es ist ihm aber dann nicht unbedingt immer gelungen. Aber er hat die Russlandgeschichte relativ weit von sich weggedrückt. Ja, und es waren dann die Angriffe, die Angriffe der ÖVP waren halt insofern auch nicht nur durchschaubar, wenn man gewusst hat, worum es thematisch geht, sondern auch, weil die Indizien ein bisschen alt schon waren. Also ein konkretes Beispiel war, es gab in der Zeit des Herbert Kickl Aufträge an Wochenblick und an andere rechtsrechte Medien. Und die ÖVP-Fraktion hat dann eine Dokumentation oder Teil einer Dokumentation vorgespielt im Ausschusslokal, wo zu sehen war, wie die vermeintlichen Redaktionen, also Wochenblick und unsensorierter TV und wie sie alle heißen, sind ja in unserem Sinn keine journalistisch arbeitenden Medien, aber wie die arbeiten, also dass die einfach offen sagen, wenn sie unter sich sind, uns sind Fakten wurscht und Hauptsache es sozusagen kracht ordentlich und die Leute fürchten sich ordentlich vor Ausländern und so weiter. Das hat die ÖVP vorgespielt, aber das war eine Dokumentation, die 2017 schon im Fernsehen gelaufen ist. Also wenn ich sozusagen jetzt, und der Herr Höferl hat für diese Plattform unsensoriert ja gearbeitet, wenn ich mich als Herr Höferl vorbereiten muss, dann weiß ich schon, dass das kommen könnte. die seit sechs Jahren kolportiert werden, dann weiß ich das in dem Moment und genau so war es dann auch. Und das hat sich dann eher so ein Ping-Pong-Spiel zwischen dem Fraktionschef Hafenecker und dem Herrn Höferl herauskristallisiert, wo sie sich teilweise sogar ein bisschen lustig gemacht haben über die ÖVP und ihre Versuche, sie da irgendwie schlecht darzustellen und schlecht darzustellen, in dem Sinn, dass quasi der Herbert Kickl in eineinhalb, zwei Jahren für alle Versäumnisse der Sicherheitspolitik der letzten 30 Jahre zuständig ist. Also das war ein durchsichtiges und sehr absehbares Manöver und ist deswegen nicht gelungen. Kickl war dann bei manchen Fragen sehr, ja, auch wieder sehr dünnhäutig. Also er hat dann, er hat das nicht durchgezogen, so dieses ganz kühle, sachliche, aber es ist nicht völlig eskaliert. Es hat auch sehr lang gedauert, das muss man auch sagen, ein bisschen spät in die Nacht hinein, aber es ist nicht völlig eskaliert und vor allem die ÖVP hat ja vorher schon angekündigt, wir werden nicht auskommen und will ihn jetzt ohnehin ein zweites Mal auch laden. Du hast also schon gesagt, dass es da jeder mit einer gewissen Intention reingegangen, jeder war gut vorbereitet, das hat dann vielleicht, ja, auf der einen oder anderen Stelle dann nicht ganz so gut geklappt, was da geplant war, aber was ist denn jetzt unterm Strich so eine Erkenntnis oder was sind denn unterm Strich so Erkenntnisse, die da gestern rausgekommen sind? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen für uns? Also gestern, die Erkenntnisse waren überschaubar, ich fand, weil ja auch Parteimitarbeiter sozusagen oder Parteivertraute Auskunft gegeben haben, also man hat gestern nichts erfahren, weder von Herrn Kickl noch von den Beamten, die geladen waren, vor allem, wie gesagt, der Herr Höfer-Lies ja bis heute im Parlamentsklub der Freiheitlichen angestellt. Also das war weniger spannend. Interessanter war es fast einen Tag vorher, weil da war unter anderem wieder einmal, die war schon einmal im BVT-Ausschuss, aber die Staatsschützerin aus dem BVT geladen, die sozusagen erzählt hat, wie das damals bei dieser völlig missglückten Razzia abgelaufen ist und hat dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was man so als Staatsschützerin alles erlebt und auch durchstehen muss. Also sie hat dann irgendwie, also die war zuständig für den Rechtsextremismus und Linksextremismus und hat dann erzählt, dass sie angerufen wird von irgendwelchen Leuten, die sagen, wir wissen, du hast eine Tochter und komm nicht auf blöde Ideen oder es ist ihr dann auch erzählt worden, dass die Identität von verdeckt in diesem milieurecherchierenden und ermittelnden Beamten irgendwie möglicherweise offengelegt werden und so weiter. Also das waren eher die spannenderen Momente, aber weniger Parteimitarbeiter, weil die sind ja dann auch vorbereitet und geschult und werden nicht erzählen, welche möglichen oder unmöglichen Dinge in Parteien oder Ministerien passieren. Dann abschließend noch die Frage, wie wird es denn jetzt weitergehen im Untersuchungsausschuss? Du hast schon angesprochen, Herbert Kickl wird erneut geladen werden. Das ist schon angekündigt. Viel Zeit bleibt nicht mehr, du hast das vorher schon gesagt, aber wie geht es jetzt weiter? Das ist tatsächlich die Frage, abschließend kann man das nicht beantworten noch, weil es gibt zwar Sitzungstermine, aber durch die kurze Dauer, und das ist auch eines der wirklichen Probleme und die kann man nicht mehr lösen, ist das Parlament, muss man dazu sagen, das Parlament arbeitet ja immer. Es ist ja nicht so, dass das Parlament dann mit der Nationalratswahl oder mit dem Wahlkampf zusperrt und da ist nichts mehr los, sondern es gibt immer im Parlament, das ist immer arbeitsfähig, das kann auch immer jeden Tag Gesetze beschließen. Also da ist nie eine Pause. Aber die U-Ausschüsse machen eine Pause beziehungsweise müssen eine Pause machen, spätestens glaube ich 80 Tage entweder vor dem Wahltag oder vor der Veröffentlichung der Wahl, der Verkündung des Wahltermins. und dadurch ist die Zeit sehr kurz und dadurch wissen zum Beispiel interessante Zeugen, wie wir hatten letzte Woche im anderen Ausschuss, René Benko, sie können auf Zeit spielen und sie können sich irgendwie vielleicht da vorbeidrücken und wegdrücken. Deswegen ist es nicht absehbar, wie es in diesem Ausschuss weitergeht. Also ich glaube, jetzt habe ich gemischt, weder im einen noch im anderen, beim SPÖ-FPÖ-Ausschuss, also bei dem wir jetzt groß und monat geredet haben, war schon bemerkenswert und das haben auch die Freiheitlichen mittlerweile sozusagen thematisiert, dass Malversationen in der Verwaltung ausschließlich oder zumindest von der ÖVP ausschließlich in die Richtung der FPÖ unternommen wurden. Also es waren, wie gesagt, gestern waren nur Freiheitliche geladen, so ein reiner, blauer Donnerstag und ich glaube, dass die ÖVP politisch und auch im Ausschuss sehr viel dazu tun wird, um sich möglichst maximal von dieser FPÖ zu distanzieren und da Dinge aufzuzeigen. Aber ja, viel mehr kann man eigentlich an der Stelle jetzt noch nicht dazu sagen. Wir sind also gespannt, ob sich in der kurzen Zeit, die beide Untersuchungsausschüsse noch laufen, noch irgendwie Erkenntnisse ergeben werden. Du wirst das Ganze für uns weiter beobachten. Ich sage an dieser Stelle, danke für deine Analyse. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020